Oh, kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit alleine seid zu Hause und dann fangt ihr an zu reden, dann merkt ihr, oh scheiße, ihr habt übert den Frosch im Hals, weil ihr so lange nicht geredet habt. So, also, hallo ihr Lieben da draußen. Ja, ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, wie sich mein Leben jetzt verändert hat in der letzten Zeit, weil ich ja nun schon seit 14 Monaten Mutter bin. Heute möchte ich das Ganze mal ein bisschen, intensiver, nee, wie sagt man denn, ein bisschen ausschweifender erzählen. Also, ich habe mir vorgenommen, euch zu erzählen, wie es in meiner Partnerschaft läuft. Ich habe mir vorgenommen, zu erzählen, wie die Kita-Eingewöhnung für mich war. Ich habe mir vorgenommen, euch zu erzählen, wie sich mein Körper verändert hat und ich wollte euch mal meine Schwangerschaftsstreifen zeigen und meinen Schwabbebau. Yay, darauf könnt ihr euch schon freuen. Ja, nicht, also ihr könnt auch jetzt abschalten. Ja, ansonsten holt euch jetzt erstmal eine Tasse Kaffee. Es könnte, glaube ich, ein bisschen länger werden. Ihr könnt ja so lange auf Pause machen, so. Also, Pause. Oder nicht? Ja, gut, dann nicht. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Partnerschaft an. Also, ihr kennt ja Markus und ihr kennt mich mittlerweile auch richtig gut. Und ich muss wirklich sagen, das erste Jahr war sehr schwer für unsere Partnerschaft. Also, ich bin immer noch super happy und ich möchte immer noch, dass ihr mir einen Antrag macht, endlich. Aber es hat uns schon sehr, sehr, sehr auf die Probe gestellt. Also, ob es jetzt einfach die Zeit ist, die man miteinander hat, die wird halt wahnsinnig wenig. Weil irgendwie hat man halt immer die Gedanken, also ich als Mutter, mir ging es halt so, ich hatte meine Gedanken halt immer nur bei der Kleinen. Egal, ob sie jetzt in ihrem Beisterbett geschlafen hat und wir sagten auf der Couch und haben Film geguckt oder wir waren spazieren oder sie ist bei Oma oder, oder, oder. Ich war halt mit den Gedanken halt nur bei ihr und das konnte ich halt auch nicht abstellen. Also, das war halt wirklich, das hat mir halt niemand vorher gesagt oder niemand so thematisiert, dass halt einfach, sobald die Kleine da ist, deine Gedanken sich halt wirklich nur noch ums Kind drehen. Also, das ging mir halt extrem so und ich weiß nicht, ob es einfach auch eine Konzentrationsschwäche ist. Jedenfalls kannte ich das vorher gar nicht. Und dadurch hat man halt nicht so viel Zeit für die Partnerschaft. Und da bin ich halt extrem froh drüber, dass Markus und ich uns halt wirklich, dass wir uns so gut verstehen und eine so, so, so harmonische Beziehung schon vorher geführt haben, vor der Schwangerschaft, dass wir diese Momente, die wir dann miteinander hatten, halt sehr intensiv genutzt haben. Also, sei es auf der Couch liegen und einfach nur kuscheln oder wenn wir mal Zeit alleine hatten, dass wir halt wirklich die Zeit genutzt haben für uns. Also, wenn zum Beispiel die Kleine bei der Oma war oder so, habe ich versucht, ihm halt meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Aber ich muss wirklich sagen, man ist gereizter, man ist angespannter. Es ist für beide eine neue Situation, Eltern zu sein. Das sind ganz viele Sachen, die auf einmal auf einen zukommen, womit man auch erst mal umgehen lernen muss. Da ist halt wirklich meine Einstellung, wenn eine Partnerschaft vorher schon kriselt oder wenn ihr euch vorher schon super viel anzieht oder, 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 dann, weiß ich nicht, dann schafft euch nicht noch ein Kind an, weil es macht halt wirklich, es setzt die Beziehung auf jeden Fall auf die Probe. Aber ich habe gemerkt, dass jetzt nach diesem ersten Jahr, sie ist ja jetzt 14 Monate, es besser wird. Also, sie wird selbstständiger, natürlich wird es nicht weniger anstrengend, aber dieser, dieser Kopf, der immer bei ihr war und diese Gedanken, die sich immer um sie gedreht haben, das hat sich halt so ein bisschen gelegt, weil man halt nicht mehr gucken muss, kriegt sie alle zwei, drei Stunden ihre Flasche, haben wir genug Windeln bei, wenn wir draußen sind, wir müssen was zu trinken mitnehmen, wir müssen Milchpulver mitnehmen, wir müssen Wundschutzcreme mitnehmen, wir müssen die Wickeltasche packen. Diese ganzen Sachen fallen halt weg, weil sie halt jetzt viel unkomplizierter ist. Also, ich nehme eigentlich so gut wie nie Wickelsachen mit. Also, manche Freundinnen von mir kennen das wahrscheinlich, dass ich mir da mal eine Windelpumpe von den anderen, aber so im Grunde genommen schleppe ich halt nichts mehr mit ihr für sie rum, es sei denn ihre Trinkflasche, das ist das Einzige, was sie wirklich fast immer bei hat, wenn wir mal eine Stunde draußen sind. Aber ansonsten ist sie halt echt pflegeleicht, also umso äterlich werden, umso entspannter wirst du ja auch und dann nimmst du weniger mit und dementsprechend kannst du deine Gedanken halt auch anderen Sachen widmen. Also, ich rede echt um den heißen Brei, aber es ist egal. Es sind halt meine Gedanken und es ist wieder ein Zeichen, dass ich halt echt Schwierigkeiten habe, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Also, das ist auf jeden Fall seit der Schwangerschaft, nee gut, seitdem sie ungefähr da ist, habe ich halt echte Probleme, konstant bei einer Sache zu bleiben. Also, ob es jetzt beim Arbeiten ist, da geht es eigentlich, aber hier so zu Hause, ob es beim Aufräumen ist oder Videos drehen beim Vorbereiten, ich sehe ständig irgendwas, dann schweifen meine Gedanken ab und dann, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall ein richtiges Problem, woran ich auf jeden Fall arbeiten muss. Ich habe jetzt schon angefangen, mir Listen zu schreiben und mir aufzuschreiben, was ich machen will und was ich heute schaffen möchte, damit ich halt einfach meine freie Zeit effektiver nutzen kann. Und ja, das war es eigentlich zum Thema Partnerschaft, dass natürlich auch die Zeit miteinander, auch die Intimität abnimmt, das ist auch völlig normal und ich glaube, wenn der Partner da kein Verständnis oder kein Verständnis für hat, dann ist er auch nicht der Richtige. Also, Markus versteht das voll und ganz. Natürlich bin ich einfach auch kaputt, wenn ich den ganzen Tag mit Frieda draußen war oder allgemein, wenn ich das ganze Wochenende mit ihr alleine war und er war arbeitend, dann ist es ja selbstverständlich, dass, wenn ich morgens um sieben mit ihr aufstehe, dass ich abends um 20 Uhr einfach kaputt bin, da habe ich zunächst mehr Lust, dann möchte ich einfach nur noch die Zeit nutzen, weil das ist ja dann meine erste freie Zeit. Also, okay, beim Mittagsschlaf habe ich auch noch meine Zeit, aber ansonsten ist halt abends die Zeit, wo ich was für mich machen kann. Und da muss man halt auf jeden Fall bei der Partnerschaft ein bisschen darauf achten, dass halt beide nicht zu kurz kommen, ne? Also, in allen Dingen einfach. Ja, auf jeden Fall ist das mein Geheimnis, warum wir uns immer noch so gut verstehen, warum wir uns immer noch so lieben und so herzlich miteinander sind, weil wir halt einfach Rücksicht aufeinander nehmen und weil die Beziehung halt vorher schon echt perfekt war. Also, das ist echt schleimig, was ich hier erzähle, ne? Vielleicht überspringt ihr das Thema auch einfach lieber. Dann die Kita-Eingewöhnung machen wir mal gleich weiter. Wir, Frieda geht ja seit September in die Kita und die Eingewöhnung lief wirklich sehr unproblematisch für sie und das ging auch relativ schnell alles. Und auch heute geht es, wir haben jetzt Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Ich weiß, ich sage immer keine festen Daten, weil ich ja nicht weiß, wenn ich das Video online stelle und wenn es erst in zwei Wochen ist, ist es natürlich blöd, wenn ich sage, heute ist der 31. Oktober. So, auch jetzt geht sie halt, wie gesagt, heute noch richtig gerne in die Kita. Sie lacht immer, auch wenn ich morgens sage, komm, wir müssen jetzt anziehen, wir gehen in die Kita, dann steht sie schon an der Tür bei uns und will raus. Also, es ist echt schön. Sie mag es echt, total gern da zu sein. Was mir natürlich ungemein geholfen hat. Also, am Anfang war es für mich einfach dieses Gefühl, du gibst dein Kind in fremde Hände. Im Grunde genommen, es sind ja fremde Leute für dich. Also, du hast vorher wirklich 24 Stunden, wenn sie mal nicht bei Oma war oder bei Opa, keine Ahnung, ansonsten hast du halt 24 Stunden dein Kind um dich herum gehabt und deine Gedanken kreisen halt nur ums Kind. Und auf einmal gehst du dahin, klar, du wirst ja als Mutter auch rangeführt, dafür ist ja die Eingewöhnung auch, dass ich loslassen lerne. Aber damit hatte ich tatsächlich innerlich ein Problem. Ich habe jetzt nicht geheult, weil ich sie abgegeben habe, aber es war halt so, hier hat sie zu Hause die volle Aufmerksamkeit genossen von mir. Ich habe immer gesehen, was ist. Ich habe sie beobachtet immer im Augenwinkel. Also, man ist zwar nicht immer im Raum, aber man weiß, was sie gerade macht und man kennt ja sein Kind halt. Und dann auf einmal ist sie da in der Kita und du gehst dann und dann spielt sie da mit den anderen Kindern. Und du weißt nicht, wenn sie jetzt hinfällt, wer nimmt sie denn in den Arm? Nimmt sie jemand in den Arm? Wie lange muss sie weinen, damit sie in den Arm genommen wird? So eine Gedanken hatte ich halt einfach. Aber diese Gedanken wurden wirklich sehr schnell über Bord geworfen, indem ich einfach bei der Eingewöhnung dabei war. Ich habe gesehen, wie die Erzieher mit den Kindern umgehen, auch mit den anderen Kindern vor allem. Und dass es wirklich sehr, sehr herzlich ist. Also, bei der Erzieher für die Kleinen ist halt Mutter und Tochter. Und das ist halt wirklich richtig schön anzusehen, weil die halt auch beide sehr, sehr herzlich sind. Und das hat mir sehr, sehr doll geholfen. Ich sage immer sehr, sehr, sehr oft, ne? Und na ja. Auf jeden Fall ging es dann ungefähr nach einer Woche, ging es mir auch gut, dass ich sie da lassen konnte. Was ich zum Beispiel auch richtig komisch fand am Anfang, da war ich einmal noch mit da, da war mir die Eingewöhnung gemacht. Und dann hat Frieda die Windel voll gehabt und dann hat die Erzieherin sie quasi gewickelt und ich stand daneben. Und das war dann so für mich, ich kann das doch auch machen. Das ist doch mein Kind. Und sie so, nee, nee, das ist schon okay. Das müssen wir jetzt auch immer machen. Dann soll sie sich gleich dran gewöhnen. Und das war auch richtig komisch für mich, dass jemand das macht. Also, sonst habe das halt ich gemacht oder Oma oder Markus oder jedenfalls vertraute Personen von mir. Weil es ist ja auch eine intime Sache, was die Kinder da, also die liegen ja da nackig, ne? Aber es geht jetzt. Also sie geht jetzt, wie gesagt, schon fast, oh Gott, zwei Monate geht sie schon in die Kita. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ich bringe sie gerne hin. Ich genieße vor allem, wo wir auch schon bei einem anderen Punkt wären, ich genieße die freie Zeit. Also viele von euch werden das wahrscheinlich nicht verstehen, weil viele von euch einfach andere Ansichten haben als ich, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach mit ihr, wenn sie hier ist, den ganzen Tag, ich schaffe halt nichts. Also sie fordert halt meine volle Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit kann ich ihr nur geben, wenn ich mit ihr in einem Raum die ganze Zeit bin. Das heißt, ich kann weder Staubsaugen, ich kann weder die Wäsche aufhängen, ich kann weder Geschirrspüle ein- und ausräumen, so eine Sachen. Und da bin ich echt froh, bin ich ehrlich, dass ich montags und freitags immer frei habe, dass ich einfach auch Zeit für mich habe. Ich bringe sie dann morgens in die Kita, wir quatschen dann noch hin, wir dödeln, dann bin ich, dann gehe ich, dann gehe ich immer einen Kaffee trinken danach. Das ist dann so meine fünf Minuten. Und an den Tagen, wo ich dann halt arbeiten gehe, gehe ich dann halt hoch, mache mich fertig und gehe dann arbeiten. Aber an meinen freien Tagen ist es halt wirklich so, da drehe ich YouTube-Videos. Also so wie heute, heute habe ich auch frei. Oder ich schneide die Videos. Oder ich arbeite an anderen Projekten. Und die Zeit habe ich halt einfach nicht, wenn sie da ist. Es sei denn, ich habe es abends, aber dann bin ich einfach auch kaputt, denn das ist das Licht doof. Und deswegen, ich genieße es wirklich, wenn sie da ist. Ich weiß, sie ist da gut aufgehoben. Das hilft mir sehr doll. Ich weiß, dass sie da unheimlich viel lernt. Und wir sind jetzt schon wieder bei der Kita, ne? Ich war eigentlich schon bei mir. Naja. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden damit, dass sie da in der Kita ist und dass ich auch wieder ein bisschen Frau sein kann. Ein bisschen ist gut. Ich genieße es, wenn ich arbeiten gehe, dass ich mich fertig mache, dass ich meine Haare schön mache, dass ich mich schminken kann. Und ich weiß, viele von euch schminken sich nicht, aber ich arbeite halt beim Friseur, wie ihr ja wisst. Und die Friseurin muss halt auch gut aussehen. Die würde da auch nicht zum Friseur gehen, der um die Haare scheiße aussieht, oder? Also ich nicht. Deswegen, mir gefällt das, oder mir war auch das sehr viel Spaß, mich schick zu machen. So ein Mädchending halt, ne? Und auch, wenn ich dann rausgehe, ich fühle mich dann halt einfach gut. Und mir steht halt nicht mehr auf die Stirn geschrieben, she's a mom. Weil ich schiebe keinen Kinderwagen vor mich her. Weil ich finde auch, dass, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin, ich liebe es, Mama zu sein. Und ich bin wirklich Vollblut-Mama. Aber man sieht schon, dass man anders angeguckt wird. Auch von Männern. Ich bin glücklich vergeben, sehr glücklich vergeben. Aber du wirst halt anders wahrgenommen. Du kriegst ein anderes Selbstwertgefühl wieder. Und das hat mir gefehlt, einfach die ganze Zeit. Und einfach auch diesen Rhythmus zu haben, diese freie Zeit zu nutzen, und wieder einfach ein bisschen Frau zu sein, genieße ich gerade echt sehr doll. So viel dazu. So. Wo waren wir? Apropos, wo wir dann auch wieder beim Arbeiten sind. Was ich euch auch noch erzählen wollte. Ich gehe halt wieder arbeiten. Seit 1. Oktober. Dreimal die Woche. Von 10 bis 14.30 Uhr. Also echt total entspannt. Also es ist echt ein cooles Arbeiten. Es ist ein cooler Salon. Und ich genieße es sehr, da zu arbeiten. Vor allem auch wieder gebraucht zu werden. Anderweitig. Also nicht als Mutter. Und dass ich nicht die ganzen Gespräche, die ich führe, sich um mein Kind drehe. Also klar habe ich viele Kundinnen, wo man natürlich erzählt. Ich bin Mama. Ja, du auch. Und ah. Also das ist auch schön, von ihr zu erzählen. Und ich bin auch total stolz auf sie. Und ich zeige auch immer Bilder rum von ihr. Wie süß sie doch ist. Ups, Entschuldigung. Wie gesagt, was ich halt eben schon erzählt habe, ich bin halt echt froh, wieder ein bisschen Frau zu sein. Und ja, ich gehe arbeiten. Und für mich war das halt überhaupt gar kein Problem, auch wieder reinzukommen. Weil ich war halt echt lange draußen. Ich wollte auch nie wieder als Friseur arbeiten, wie ihr ja wisst. Aber dann habe ich dieses Arbeit, dieses Jobangebot quasi bekommen. Von einem ehemaligen Freund, Kumpel, Kumpane. Dem seine Frau hat sich selbstständig gemacht. Und da arbeite ich jetzt. Und der hat gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Hast du nicht mal Lust, wieder als Friseur zu arbeiten? Und er sagt, nee, auf gar keinen Fall, nee. Ja, komm doch mal her. Guck sie wenigstens an. Naja, okay. Und dann war ich da gewesen. Das ist halt echt ein cooler Laden. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Meine beiden Kollegen sind total herzlich, total lieb. Also ich arbeite mit der Chefin zusammen und mit meinem Kollegen. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Arbeiten. Und ich weiß, dass Friseur in der Kinderzeit super betreut ist. Dann, ich fange um 10 an. 14.30 Uhr habe ich Feierabend. Dann setze ich mich in die U-Bahn, fahre ein paar Stationen. Und dann bin ich auch schon an der Kita. Dann hole ich sie gegen drei von der Kita ab. Also mal Viertel nach drei, je nachdem, wie lange die Vespa essen. Vespa ist der Snack am Nachmittag. Und dann hole ich sie ab. Und dann gehen wir meistens noch auf den Spielplatz oder so. Deswegen, die Zeit, die ich dann jetzt in der Arbeitszeit und in der Kita-Zeit danach halt mit ihr habe, die ist irgendwie viel intensiver als vorher. Also ich liebe sie nicht mehr oder nicht weniger, wenn sie in der Kita ist. Das ist auf keinen Fall. Aber man probiert sich halt, wenn sie den ganzen Tag da ist, man probiert sich zu arrangieren. Und wenn ich sie aus der Kita hole, dann widme ich mich halt wirklich 100 Prozent ihr. Und dann gehen wir auf den Spielplatz, dann lasse ich auch das Handy mal liegen. Okay, ich mache da und da mal Fotos, klar. Aber dann ist es halt wirklich unsere Zeit, die wir als Mutter und Tochter genießen. Und das finde ich halt total angenehm. Einfach, dass man die Zeit auch wieder intensiver nutzt miteinander. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge gequatscht. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Teil, was wahrscheinlich auch viele interessiert, der Körper. Also mein Körper hat sich nach der Schwangerschaft auf jeden Fall sehr stark verändert. Ich bin in der Schwangerschaft, Ende der Schwangerschaft, ziemlich stark gerissen, habe Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen, wie auch immer man das nennt, am Bauch, an den Seiten, an den Hüften gehabt. War ziemlich traurig darüber, weil ich halt nicht wusste, inwiefern sich das entwickelt beziehungsweise wie die wieder weggehen oder ob die verblassen. Und deswegen dachte ich, ich thematisiere das jetzt auch nochmal für euch. Und zwar ist es jetzt so 14 Monate her. Die Dehnungsstreifen sind noch zu sehen, aber sie sind deutlich heller geworden. Deswegen stehe ich jetzt einfach mal auf und zeige euch meine Dehnungsstreifen. Yeah! Das ist mein Bauch. Also man sieht hier auf jeden Fall ganz doll, ich weiß nicht, ob man es von der Seite mehr sieht, das ist so dieses restliche Babybauch, was nicht einfach weggeht. Also ich bin ehrlich, ich mache auch gar keinen Sport. Ich ernähre mich nicht gesund. Also das ist einfach... Ja! Dann sieht man hier, das waren die Dehnungsstreifen und die sind auf jeden Fall richtig hell geworden. Also das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass die so hell werden. Aber man sieht einfach auch hier, also das Tattoo beachten wir nicht, wenn die Haut... Man sieht hier ganz deutlich noch diese Dehnungsstreifen. Die sind ganz, ganz fein und ganz hell. Aber man sieht sie auf jeden Fall. Ich komme mal ein bisschen näher. Hier sieht man sie. Ja, mehr braucht man darüber auch gar nicht reden. Ich wollte es halt einfach mal gezeigt haben, weil mich es halt immer interessiert hat, inwiefern die wieder weggehen oder verschwinden oder verblassen, wie auch immer. Jetzt habt ihr es mal gesehen, wie es bei mir aussieht. Also ich bin wirklich ehrlich, ich habe jetzt 14 Monate nach der Geburt schon ungefähr seit 6 Monaten mein Startgewicht wieder gehabt. Mal mehr, mal weniger. Aber wie gesagt, ich mache halt auch 0,0 für meine Figur, obwohl es mich wirklich nervt. Also ich bewundere wirklich die Frauen, die sich aufraffen können und Sport machen können und sich gesund ernähren und, und, und. Aber ich war vor der Schwangerschaft schon keine Sportskanone und ich werde es jetzt auch nicht sein. Also ich habe halt immer Gründe gefunden, nicht zum Sport zu gehen. Und jetzt ist es halt auch einfach wirklich so, dass ich nicht zum Sport gehe, weil ich keine Zeit habe. Also ich könnte vormittags natürlich zum Sport gehen, vor der Arbeit, aber ich bringe Frieda um 8 in die Kita, um 10 fange ich an zu arbeiten. ins Fitnessstudio. Also dieses Zuhause-Sport machen, das hat mich absolut demotiviert und dieses Umziehen. Ich brauche irgendwie, wenn dann, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Ich war jetzt auch ein paar Mal da. Einmal, ja. Aber der Wille war da. Ich wollte wirklich gehen mit einer Freundin zusammen und, ja, braucht man ja nicht schönreden. Man muss ja nicht immer sagen, yay, ich bin ÜBC-Sportkanone. Nein, ich bin keine Sportskanone. Bin ich nicht. Und ganz viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Ja, deswegen, ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich blende euch, whoop, hier nochmal mein allerletztes Video ein. Welches ist, das weiß ich gerade nicht so genau. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr dieses ehrliche Mami-Update gern gesehen habt, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.